Die Vampire sind zurück in Hamburg. Ich freue mich am meisten auf mein Lieblingsmusical. Ich bin heute genau das zwölfte Mal im Tanz der Vampire. Es ist, glaube ich, immer toll, wenn eine Geschichte einen so packt, dass man zu weinen beginnt. Vor Freude oder eben vor Emotionen. 25 Jahre lang tanzt er bei mir. Also ich kenne nur den Film und werde es heute das erste Mal als Musik sehen. Ich bin sehr gespannt. Es ist eine tolle Show und wir sind jetzt heute bei der Premiere und das wird der Hammer. Meine erste frühkindliche Gruselerfahrung, die ich heute wieder aufleben lasse. Ich freue mich tierisch auf dieses Musical, weil ich habe ganz tolle Erinnerungen daran. Wir sind sicher dank Geist und Wissenschaft. Unsere Ziele sind da, unsere Mitpunkte. Ich finde es auf jeden Fall sehr inspirierend. Es ist auch schön zu sehen, was für ein Talent die Menschen haben. Es ist mitreißend, es ist schön inszeniert, die Stimmen sind toll. Es macht einfach Spaß. Man sollte das Musical auf jeden Fall besuchen, weil es einfach feinstes Entertainment ist. Man geht mit ein Stück Vampir-Nostalgie nach Hause und mit sehr viel Freude. Sichert euch jetzt Tickets. Tickets für Vampire. Tickets für Vampire. Tickets für Vampire. Vielen Dank.